Hallo und Willkommen. Das Rückspiel des Achtelfinals der UEFA Europa League West Ham United SC Freiburg können Sie live auf dem Kanal ORF1HD verfolgen. Diesen Donnerstag, 14. März 2024 um 18.45 Uhr. Ergebnis des Hinspiels 1-0 für Freiburg. Das Endergebnis wird nach Ende des Spiels in der Videobeschreibung hinzugefügt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald.